In Berlin sprechen wir jetzt mit Dietmar Bartsch. Die Linke, heute kann man sagen, an diesem 06.12.2023 ehemaliger Fraktionsvorsitzender der linken Fraktion im Deutschen Bundestag. Dort auch zwei Perioden als Abgeordneter 1998 bis 2002 und seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Grüße in die Hauptstadt, Herr Bartsch. Ich grüße Sie, hallo, guten Morgen. Herr Bartsch, ein Kapitel geht zu Ende. Wie fühlt sich das heute für Sie an? Dieser Tag hat sich für mich ja sehr lange angedeutet. Das ist heute der Vollzug einer Entscheidung, die vor Wochen getroffen worden ist. Wir hatten jetzt über Jahre letztlich eine quälende Selbstbeschäftigung. Das ist jetzt vorbei und mein Blick ist selbstverständlich nach vorn gerichtet. Ich hoffe, dass wir möglichst zeitnah als Gruppe unsere Arbeit fortsetzen können. Aber heute ist es natürlich ein historischer Einschnitt. Es ist auch eine herbe Niederlage für die Linke. Aber wie Sie richtig gesagt haben, ein Kapitel ist beendet, ein neues wird beginnen. Und diese 18 Jahre, vielleicht noch ein kleiner Schlusssatz sozusagen auf die Vergangenheit gerichtet. Sie waren durchaus eine konfliktfreudige Fraktion. Das kann man gar nicht anders sagen. Was bleibt? Ist auch irgendwas etabliert worden, wo Sie sagen, das war auch gut? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja politisch einiges im Land bewegen können. Ich will nur einen Punkt nennen, dass es in Deutschland heute einen Mindestlohn gibt, hätte es ohne uns in dieser Form nicht gegeben. Damals waren Sozialdemokraten, Grüne, Gewerkschaften dagegen. Das ist ein Punkt. Ich könnte aber viele weitere Punkte nennen. Wir hatten mal eine Gesundheitsgebühr, die weg ist und und und. Und ich will auch deutlich sagen, die Linke ist ja nicht weg. In meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern regiert erfolgreich eine rot-rote Koalition. Bodo Ramelow ist Ministerpräsident. In Bremen regieren wir. Wir stellen Oberbürgermeister Landräte. Also es ist nicht das Ende der Linken. Wir sind wieder am Start. Und der Maßstab für uns ist, ob wir bei der nächsten Bundestagswahl wieder in Fraktionsstärke im Parlament sind. Nur das zählt. Nur auf dem Platz. Das ist jetzt Ihr persönlicher Maßstab. Über das, was das Jahr 2024 bietet, können wir vielleicht gleich noch im zweiten Teil des Gesprächs drauf kommen. Aber gucken wir sozusagen auf die Peripherie jetzt hier im Deutschen Bundestag. Also heute bis zu einem Beschluss sind Sie dann mit diesem Tag 28 fraktionslose Abgeordnete, die weiterhin sich mit den Zielen der linken Partei identifizieren. Wie organisieren Sie sich eigentlich? Na gut, es sind alle jetzt fraktionslos, die in der Fraktion waren. Es gibt ja auch jetzt schon im Bundestag diverse Einzelabgeordnete, die fraktionslos sind und ihre Arbeit machen. Ich will nur an den Abgeordneten des Südschleswischen Wählerbundes erinnern, der auch ein Einzelabgeordneter ist. Wir werden versuchen, uns zu koordinieren. Und ich werde vor allen Dingen mit anderen darum kämpfen, dass diese Phase des Einzelabgeordnetenseins möglichst schnell zu Ende ist, dass wir Gruppe werden, weil da sind natürlich auch Rechte, natürlich auch Pflichten mit verbunden. Das muss das Ziel sein. Gerade in der aktuellen Situation, Sie kennen die Beratung um den Haushalt, Sie kennen die Ankündigung, dass bei Sozialem gekürzt werden soll, ist das Agieren von linken Abgeordneten, auch einer linken Opposition enorm wichtig und deswegen das Bestreben, das schnellstmöglich hinzukriegen. Wir werden ansonsten selbstverständlich miteinander reden, dass wir im Deutschen Bundestag auch als Einzelabgeordnete in der nächsten Sitzungswoche agieren können. Und Herr Bartsch, wenn ich das richtig verstehe, ist der Beschluss des Deutschen Bundestages, also formell haben Sie das ja beantragt beim Bundestagspräsidium, den Gruppenstatus, aber dieser Beschluss wird wohl erst in 2024 dann in den ersten Plenarwochen zu erwarten sein. Wie geht es um Rechte und Finanzen? Was sind Ihre Erwartungen? Was soll Ihnen zugestanden werden? Sie können es formulieren. Also ich will da gar nicht spekulieren, aber es gibt ja eine gewisse Blaupause. Im Jahre 1994 war die PDS-Gruppe und da gab es eine Entscheidung des damaligen Bundestages. Da ist vieles auch vor dem Verfassungsgericht erstritten worden und das ist in etwa, das sind in etwa die Leitplanken, wo man sich bewegen wird. Es gibt einige Dinge, die sind verbrieft, andere, da wird man drüber reden. Aber ich bin zuversichtlich, dass es die Möglichkeit gibt, dass eine linke Gruppe dann wieder agierend ist und dass wir auch die Korrespondenz mit Ländern und Kommunen finden, dass wir vor allen Dingen aber die Interessen derjenigen, die uns gewählt haben, wahrnehmen. Die linke Opposition im Deutschen Bundestag, das ist unsere Aufgabe und die werden wir hoffentlich schnellstmöglich wieder entschlossen ausfüllen können. Es wird mutmaßlich noch eine andere linke Gruppe im Deutschen Bundestag geben, die sich zumindest auch im weitesten Sinne in diesem Spektrum aufhalten wird. Die zehn Abgeordneten, die sie verlassen haben und jetzt aktuell noch im Verein BSW und dann wahrscheinlich in der künftigen Partei arbeiten. Die Linke hat jetzt auf dem Parteitag nochmal gesagt, das ist jetzt auch die Chance für einen Neustart und vielleicht auch ein bisschen für mehr Beinfreiheit. Wo werden dann diese Inhalte liegen in der Differenz zu den anderen? Wissen Sie, erstmal werden die anderen nicht Maßstab unserer Politik sein. Die sind in keinem Kommunalparlament, in keinem Landtag und es ist eine kleine Gruppe, die jetzt im Bundestag sich vielleicht konstituieren wird. Unser Maßstab ist die Politik der Ampel. Und ich werbe dafür, dass wir die zentrale Frage, die soziale Opposition zu sein, in den Mittelpunkt stellen, die Linke als Friedenspartei. Und ich lege großen Wert, dass wir in besonderer Weise wieder die Interessen Ostdeutscher wahrnehmen werden. Das war immer ein Markenkern der Linken, das haben wir ein Stück weit vernachlässigt. Das ist auch nicht gegen die alten Länder gerichtet. Aber es ist doch ein Unding, dass weiterhin Ostdeutsche 13.000 Euro im Jahr weniger verdienen. Die Repräsentanz der Ostdeutschen, im Übrigen auch bei den Intendanten in der ARD, ist sehr, sehr gering. Genauso wie bei Chefredakteuren oder bei Ministern und Abteilungsleitern oder auch bei Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag. Deswegen werden wir diese Aufgabe wieder verstärkt annehmen. Für uns ist ein wichtiger Punkt, wie im nächsten Jahr die ostdeutschen Landtagswahlen in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg ausgehen. Das ist der Maßstab. Da haben wir konkrete Zahlen. Und dann geht es darum, dass wir wieder auf die Erfolgsspur kommen. Herr Barth, wenn Sie gerade nochmal formuliert haben, dass Sie auch stärker wieder die Ostdeutschen ansprechen wollen. Bei den Wahlenaufzählungen haben Sie jetzt die Europawahlen außen vor gelassen. Das ist durchaus ja auch nochmal ein Testfall. Da kommen Sie mit sozusagen einer Umweltaktivistin als Spitzenkandidatin in diesem Duo da drin. Ist das sozusagen das, wie Sie das Neue verstehen, diesen Neustart? Also ich lege sehr, sehr großen Wert darauf, dass unter den Spitzenkandidaten zum Beispiel auch Professor Gerhard Trabert ist, ein Sozialmediziner, Professor, mit dem ich gemeinsam in der Ukraine war und der ganz einfach ein toller Mensch ist, der sich sozial engagiert. Und in diesem Spektrum werden wir uns bewegen. Natürlich zählt auch Carola Rackete dazu. Aber wir haben ein Angebot. Und das ist breiter als bei der letzten Europawahl. Wir werden auch da, weil es eine Verbindung zu den Kommunalwahlen in fünf ostdeutschen Ländern und in drei westdeutschen Ländern gibt, natürlich uns engagieren. Aber ich sage nochmal, mindestens so wichtig sind die ostdeutschen Landtagswahlen. Und der Maßstab, ob wir erfolgreich sein werden, ist die Bundestagswahl im Jahre 2025. Also Lackmus-Test 2024 für die Linke. Nicht nur was den Status angeht im Deutschen Bundestag, sondern auch die Zukunft der Partei. Vielen Dank für diese Einschätzung. Heute Morgen hier Dietmar Bartsch im Phoenix-Tagesgespräch, Abgeordneter für die Linke im Deutschen Bundestag und bis zum heutigen Tage Fraktionsvorsitzender der Fraktion. Ich danke. Grüße nach Berlin. Ich danke Ihnen und grüße zurück.